So, willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir haben in der letzten Folge, die ja relativ lang war, so einiges erlebt. Also zumindest neben relativ vielen Toten haben wir erlebt, wie wir Herrn Stachelbeere getötet haben. Und darüber möchte natürlich der Prinz ganz gerne Bescheid wissen. Und ich würde mal sagen, das gehen wir gleich mal an. Wo auch immer der Prinz gerade sein Zuhause hat. Dass ich wiederum was erfinden muss, wie irgendwie immer. Und ich möchte natürlich auch den anderen Bescheid geben. Und ich würde ganz gerne natürlich auch nochmal nach Hollywood und Chinatown gehen. Äh, ne, einfach nur nach Chinatown gehen. Weil auch die Min Zhao, die haben ja getroffen gerade erst, uns wahrscheinlich nochmal sprechen möchte. Aber ich möchte wissen, wie wir jetzt gerade drauf. Es ist offenbar schon reizt mich so ein bisschen der Gedanke, als ich mir gerade noch das Ende der letzten Folge eingesehen habe. Ach, kann ich jetzt nicht mehr rein, weil du jetzt wieder lebst. Das ist ja doof. Kann ich mit dir sprechen? Mist. Ich muss wieder von unten rein. Das ist ja ärgerlich. Letztes Mal waren ja hier relativ viele blutige Leute. Kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Wie geil. Ich konnte vorher nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Jetzt kann ich das. Beckett ist nicht mehr da. Okay. Ich bin momentan echt so ein bisschen von den Gedanken fasziniert, mich eventuell den Kui Jin anzuschließen. Einfach nur so, weil ich es glaube ich noch nie gemacht habe. Ich würde gerne mal wissen, was einfach passieren würde. Herr Prinz. Herr Prinz. Erledigt. Herr Prinz. Geh diesen kleinen Token meiner Appreciation. Wir regeln die Stadt von Seite, dich und ich. Du hast den Schlüssel gefunden. Wo? Wer hat es? Das ist wiederum. Schau, ich habe dir vorhin gesagt, dass keine Kinder sich mit diesen Dämonen aufwenden würde. Das ist ein Subterfuge. Ein Trick, um eine Zivilwahl zu starten. Und wahrscheinlich funktioniert es. Die sich von allen nur noch reinlegen lässt, was nur geht, obwohl er die ganze Zeit versucht, irgendwie so ein Spielchen mit uns zu spielen, beziehungsweise uns irgendwie unglauben zu lassen, weil er... Dieser hochmütige Blick bei der Erklärung auch noch... Mein Gott, ey, ich mach ihn irgendwie nicht so richtig, aber wir machen ihn schon. Ähm, sie mussten es tun. Nur das bringt die Nachrichten von L.A. unter Kontrolle. Oh, wir können also zustimmen. Oder dann ist Nines unschuldig. Sie hat seine Gestalt angenommen und Grout getötet, oder? Min Zhao ist auch schon früher ehrlich zu mir gewesen. Das macht alles Sinn. Ganz ehrlich, lassen wir ein bisschen provokant sein. Drei. Sei nicht so schuldig. Die Kui Jinn sind Dämonen. Sie haben dich beschädigt. Sie haben dich in meinem Kopf geholfen. Sie haben diese Stadt, seit sie hierher getötet. Und wenn sie uns ermöglichen können, können wir uns zu töten. All das leichter für sie. Probe kann uns ehrlich gleich werden, weil dann köpft mich der andere, ähm, dieser große Typ links eben, eben doch noch. Ähm, ich sag einfach mal eins, dann ist Nines unschuldig. Ähm, ich sag einfach mal eins, dann ist Nines unschuldig. Sehr schön. Die Kui Jinn haben ihre Plot erklärt. Hm, sie wollen uns gegen einen anderen? Oho. Oho. Krass. Glauben Sie wirklich, die Anarchen werden sich mit ihnen anvertrauen, oder? Die Anarchen werden nie im Leben, bitte, es mit ihnen eingehen. Ich sag mal lieber zwei, genau. Die Camarilla sind keine Gefahr zu ihren Leben, gar nicht sogar zu ihren Weg zu Leben. Die Kui Jinn würden uns alle erradikieren. Aber sie haben nicht ihre Nummern, um so zu tun. Das ist weshalb eine kivilische Krieg für sie möglich wäre. Und wie wollen sie sie dazu bringen, ein Bündnis mit ihnen einzugehen, oder? Ich nehme an, sie wollen, dass ich mit ihnen rede, ist es das, genau. Das denke ich nämlich auch. Geh in die letzte Runde sofort. Sag ihnen, die Kui Jinn haben zu Killingrout gemütet, und dass der Blut-Hunt gegen Nines Rodriguez offiziell endet. Sag ihnen, ich habe die richtige Gefahr, die die Kui Jinn befestigt, und wollte einen Pakt. Sie werden meine Anarchen für die Allianz. So natürlich, Sie sprechen auf behalf der Camarilla. Schöne Ihre Worte, vorsichtig. Ich beginne, die Pläne für die Krieg zu organisieren. Good luck. Die Prosperität aller dieser Stadt beträgt heute auf Ihren Erfolg. Ähm, ich habe gerade echt Bock, mich jetzt relativ offen gegen ihn zu wenden. Denn was wir genauso gut machen könnten, ist jetzt uns einfach entscheiden zwischen die Kui Jinn und den Anarchen. Weil man hat ja schon gemerkt, dass, äh, ich kann ja nicht, während ich runtergehe, genau genommen, ähm, dass, äh, während ich ihn bereits enttarnt habe, er schlichtweg die, äh, letzten Ausweg genommen hat. Den letzten Erklärungsausweg, ähm, damit er sozusagen noch auf der guten Seite steht. Dass er sagt, oh mein Gott, die Kui Jinn haben also den Mord zugegeben an, 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 äh, an wen war das? Angrout. Ähm, das heißt, ähm, die Kui Jinn wollen irgendwie letztendlich einen Krieg zwischen uns entfachen. Das kann natürlich nicht sein, dass er sie überauftragt hat. Diesen Fakten hat er ignoriert letztendlich völlig. Finde ich ziemlich geil. Hat er ziemlich gut gemacht. Aber ich lasse mich davon nicht täuschen. Wo ist ein Schorsch? Schorsch. Ah, ich esse dich nicht. Keine Panik. Habe ich neue Mails bekommen eigentlich? E-Mail. Ja, Morgengrauen, genau. Nein, der Prinz befördert dich. Hatten wir es nicht schon? Doch, hatten wir. Dann, quitt. Oder beziehungsweise escape. Ja, unser liebes Haustier ist, äh, leider verstorben. Dafür haben wir aber jetzt einen vollwertigen Mitbewohner, der zu uns passt. Apropos vollwertigen Mitbewohner, ich muss kurz mal einige deiner Art, äh, mündlich begrüßen, sag ich mal. Weil wenn ich rechts auf die Leiste gucke, ich ist nicht mehr so ganz voll. Kann das sein, dass sich die Ratten von meinem Quartier fernhalten? Na gut, so ganz dumm ist das auch nicht. Hallo? Ratten? Kann das sagen. Aber kann das sein, dass ich eigentlich bis jetzt keinen einzigen unschuldigen Menschen oder irgendwie, äh, was weiß ich, irgendeinen Obdachlosen oder sowas, oder überhaupt jemanden außerhalb eines Kampfgebietes oder, ähm, ja überhaupt. Genau, ich habe bis jetzt glaube ich keinen einzigen Menschen außerhalb eines Kampfgebietes, beziehungsweise außerhalb eines Kampfes, leer getrunken. oder überhaupt betrunken, außer ganz einfach mal im Tutorial, aber das war ja sozusagen Pflicht. Es ist also durchaus möglich, dass ich, äh, ne, lass uns ruhig mal bei, äh, Verdunklung bleiben. Es ist also scheinbar durchaus möglich, ähm, sich als Nosferatu komplett menschenlos zu ernähren. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Das hat ein bisschen was von Deus Ex ohne, ohne Tode durchzuspielen, oder ohne, ohne Töten durchzuspielen, was ja möglich sein soll. Oh, 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 oh. Ähm, was ich aber noch nie geschafft habe. Auch nie, was ich probiert habe, offen gestanden. So. Verdunkelt. Wir wissen immer noch, ich bin hässlich. Oh Gott, hier ist ja ein richtiger Auflauf. Vielleicht auch mal ein paar von euch leer trinken, was? Oh, wo ist das Last Round? Oh, wie günstig, dass die gleich rausgekommen sind. Sehr, sehr schön. Mal kurz mal ins Logbuch gucken. Äh, der Prinz hat sich ins Last Round geschickt, um herauszufinden, wo sich Nines oder Dorieges versteckt. Sie sollen Nines, äh, doch, sie sollen Nines, äh, finden und die Anarchen und die Camarilla im Krieg in die Kuijin vereinen. Okay. Mal sehen. Wie das funktioniert. Ich muss auch mal kurz zu den Magier gehen, wenn wir gerade so auch, der wird bestimmt immer über die Ereignisse informiert werden, die es letztens so zugetragen haben. So. Ihr mögt mich alle irgendwie nicht. Du sagst sowieso nichts. Wie ist es mit dir? Äh, offenbar nichts. Oh, Ding ist es weg, guck mal. Check. Nines ist auch nicht da. Demsel. Du bist so glücklich, das ist eine Rezune, K. Schön. Ich muss mit Nines sprechen. Der Prinz will sich mit den Anarchen verbunden, oder? Verkneifst dir. Wo ist Nines? Ich muss ihm von Blut das mit den Prinzen erzählen. Genau. Oh, cool. Und die Anarchen mit uns? Huh. Siehst du? Lippe. Du bist mit mir, oder? Was ist mit der Mütze für dich? Ehrlich gesagt schon mit der Mütze auf jeden Fall, ja. Ähm, die Blutakt auf Nines beendet. Zhao hat Grout getötet. Sie ist eine Gestaltwandlerin, oder? Reg dich wieder ab. Er hat die Blutakt beendet. Zhao hat Nines hinters Licht geführt. Ich sag mal eins. Wir haben ihm gesagt, dass Nines das nicht getan hat. Das ist der Scheiße! Ich bin eine 20er B****! Wenn ich meine Hand auf ihr, oder die Anarchen, 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 oder die Anarchen! Okay. Ich bin gut. Nines, Zhao. Ich kann nicht glauben, dass du hierher gekommen bist, dass du immer nimmst und die Anarchen, oder 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 die Anarchen. Und jetzt ist er in den Schiff. Ähm, okay. Schon verstanden. Wo ist Nines? Muss man mit ihm sprechen, oder? Demsel? Sagst du mir jetzt endlich, wo Nines ist? Genau. Ich finde übrigens, ganz nebenbei, Gackenhaft, oder Gack ist sowieso ein Wort, was man viel zu selten wenn, wenn er dich liebe ist. Nines ist... Oh, schade, schade. Ähm, und Jack ist immer noch weg. Nein, ups. Würde mich überraschen, wenn es auch nicht so ist. Ich guck kurz mal ins Logbuch. Ist der Griffelpark, ist es dieses komische Ding, beim Friedhof? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass es wieder ein einzelnes Ding ist. Ich meine sogar zu wissen, dass es ein einzelnes Ding ist. Und ich meine sogar zu wissen, dass ich mich auf diese Kommentare überhaupt nicht freue. Äh, Demsel hat ihn verraten, dass sich Nines im Griffelpark versteckt hält. Sie müssen dorthin und ihn finden, um die Anarchen und die Camarilla im Krieg gegen die Kuijin zu vereinen. Ähm, Das ist natürlich für den Hauptauftrag, ganz offensichtlich. Wir haben auch noch Santa Monica. Bertrand Tang hat sie gebeten, zurück in die Höhlenbau zu gehen, seine verlorene Daten-City zu finden. Im Gegensatz will er ihnen etwas Nützliches beibringen. Ja, das muss ich auch noch mal machen. Ich möchte auf jeden Fall noch mal vorher in die Höhlenbau gehen, bevor ich diese Hauptmission angehe. Und Gary tauscht ein Poster von Jeanette Wormann gegen ein Band mit dem alten Film Tepp Hotel. Werft sich das Band einfach bla bla bla. Ich habe offen gestanden keine Ahnung, wo das Band sein soll. Ich würde mal ehrlich gesagt zuerst einmal in Hollywood suchen, weil das ist ein Auftrag von Hollywood. Deswegen würde es sich auch Sinn ergeben, nach Hollywood zu fahren und dort zu gucken. Apropos Hollywood. Nein. Äh, so, so. Das können wir eigentlich machen. Wir können noch mal ein bisschen durch Hollywood ziehen. Aber ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass wir noch ein, zwei Dinge vergessen haben oder nicht irgendwie richtig erkundet haben oder was weiß ich was. Da gab es ja reichlich Türen. Ich habe noch diesen komischen Videoshop, wo man so einige Dinge machen konnte. Aber man konnte irgendwelche Reihen schließen und öffnen und irgendwas in der Richtung. Und, ähm, ich würde ja gerne wissen, was sich damit auf sich hat. Vielleicht haben wir uns mal irgendeinen Nebenauftrag damit verbunden. Hallo Ratte. Den ich ganz gerne auch mal erfüllt hätte. Nein. So. Entschuldigung, da braucht ich natürlich erstmal einen Stadtplan. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht finde ich auch noch irgendwie dort irgendwie in Hollywood das Band mit Tepp Hotel. Ich meine, es gibt auch nur vier Stadtteile, wo es sein könnte. Das ist glaube ich ein Stadtplan. Ja, Mist. Stadtteilplan würde ich sagen. Ähm. Ich hoffe jetzt, dass das Band gab es nicht irgendwie, ähm, irgendeine Nebenmission. Also was nicht, im Museum oder sowas. Dinge, die man nur einmal betreten kann. Mein Gott, ey. Das wäre ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich hoffe aber nicht. Also bei Pisha war es halt schon so, dass, ähm, dass man irgendwie die Götzen gefunden hat und ein Buch finden wollte. Und, äh, die Götzen habe ich gefunden im Museum. Und, äh, danach konnte ich halt nie wieder ins Museum rein. Da habe ich also Glück gehabt, dass ich die Götzen mitgenommen habe. Bei, äh, das Buch hatte ich finden sollen bei den, äh, ach, klar, nahe vergessen. Hervorragend. Ähm. Oh, sag mal, kann ich bitte mal nur einen richtigen Plan finden? Ja. Nein. Und, äh, nachdem ich dieses Gebiet verlassen hatte, also natürlich diese, diese lustige Villa verlassen hatte, von der La Sombra, genau. Ach, hier ist der Glück, tatsächlich ein einzelnes Gebiet. Ähm, konnte ich da nie wieder rein. Ich hoffe also, dass, 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 dieses, äh, Gebiet, dieses, äh, Video-Tab-Hotel, dass ich das irgendwie finden kann. Im, im offenen Bereich, sag ich mal. Wo ich auch mehrmals hin kann. Kann ich hier raus? Ah, auch Access Point. Ah, ist schon mal ziemlich gut. So. So. Liegen hier Bänder rum vom Tempo-Tab. Auch mal nicht. Bei dem, bei dem, ah, was sagst du eigentlich dazu, dass wir jetzt, dass wir irgendein Bündnis aufgedeckt haben zwischen, ähm, den Kui Jin oder Min Zhao und, äh, unseren jungen Prinzen, oder alten Prinzen. Ich hätte ein paar Fragen. Natürlich. Aber, ich komm später wieder. Ab, wo hast du irgendein Band rumliegen? Nein? Dann nicht. Weil du wirst ehrlich gesagt, einer der ersten Ansprechpartner für mich, die, äh, die das Band haben könnten. Hier liegt auch nichts rum. Ich glaube auch, er gesagt hat nicht, dass das auf der Straße rumläuft, wenn überhaupt, rumläuft vor allem nicht, äh, rumliegt, wenn überhaupt in irgendeinem Gebäude. Hm, ja. Was ist mit dir? Oha. Hier war der Gargoyle drin. Glaube ich, ja. Ach, das ist doch Quatsch, ey. Das Gargoyle, das Ding war doch relativ leer, oder? Das Dumme ist natürlich zu sein, wenn ich jetzt natürlich gut... Danke dafür, dass du... kurz rausgehst. Mein Gott! Aber falsch ist es hier drin. Hier war aber, glaube ich, noch nie wirklich drin, oder? Hier haben wir nur einmal diesen Kritiker weggeholt, und, äh, er hat leider hier nichts verlassen. Dann schubst ich diesen Stuhl um. Was ich nicht kann, nicht mehr das kann ich. Ärgerlich. In dieser Gasse ist... nichts außer einem Gui-Deckel. Hier sind irgendwelche Telefonen, die ich nicht benutzen kann. Hier ist ein schäbiges Hotel. Was ist das? Nichts, wo ich rein kann. Okay. Warte mal, äh... Oh Gott! Oh Gott, jetzt geht's wieder los! F5! Nein! F9! Ja? Ja, äh, wusste ich doch. Das war völlig klar, dass ich das F9 zum Erfolg führen würde. Alles andere wäre ja dumm. Aha. Äh... 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 Ja, ähm... Gut. Kann ich hier hinten rein? Ich kann hier hinten rein. Finde ich hier irgendwas außer dieses Radio? Nein, bisher nicht. Ein Computer, der... Frost und Flüchtlinge kaum sein könnte. Hier kann ich nichts finden. Okay. So. Dann gehen wir mal ganz rein. Aber jetzt nie hin. Vielleicht finde ich ja irgendeinen, äh, dass das Band... Hier komme ich nicht raus, oder? Nein. Vielleicht finde ich das Band ja in irgendeinem Zimmer. Das kann ja auch sein. Nein. So ganz dumm wäre das nicht. Ich glaube, mir brauchte mal Schössachnacken 10 oder sowas. Aber kann das sein, dass man auch irgendwo 8 brauchte? Erfolg. Ich glaube, hier braucht man irgendwo 8. Jaja. Was haben wir hier? Einen Laptop. Laptop ist ein super. Ostereier. Ja. Ja, das kriege ich schon hin. Hoffe ich. Fertigkeit mit Techversuch 9. Das ist ziemlich geil. Lucana. Wehrwolf. Äh... Tipp. Öffne oft Türen dem Wehrwolf im Himmel dort. W- W- Was ist los nochmal? Öffne oft Türen dem Wehrwolf im Himmel dort. Am Ende steht das Ende. Und du schreitest fort. Die tanzenden Wehrwölfe. Ich kenne das zu Vampire. Ich soll auf Türen von irgendeinem Werwolf öffnen. Was ist los? Drucken. Äh Drucker. Rechnungen. Ja, zeig mal was hast du denn? Rechnungsliste an den Drucker geschickt. Bitte warten. Ich warte. Ich drücke Enter. Und... Äh... Ich würde gerne wissen, wo hier ein Drucker ist. Ich hoffe nicht im Badezimmer. Wo ist denn hier ein Drucker? Äh... So. Kommt noch was? Ich nehme an nicht. Ich muss erst jetzt irgendeinen Drucker finden. Und soll wenn ich einen Wollwolf finde ganz viele Türen öffnen. Gut. Freut mich ja. Ich habe auf jeden Fall einen Drucker. Ne, das ist kein Drucker. Das ist ein umgestürzter Fernseher. Machen wir zu. Ah ja, hier hat das Massaker stattgefunden. Aha. Nein. Hier komme ich nicht rein. Weil ich keine entsprechende Karte oder Code habe. Hier war ich. Hier ist noch eine Tür, die wahrscheinlich nicht knacken kann, oder? Stufe 10 ich meine. Erfolg! Jetzt läuft es aber. Okay. 200 Gold. Äh 200 Geld. Entschuldigung, das war... Automatisch. Es hat geblinkt. Ich müsste es nehmen. Für 200 Öcken bin ich jetzt hier reingekommen. Aber ich finde immer noch kein... Kein, kein Band. Das ist schade. Mhm. Na gut. Kann ich vielleicht noch eine Tür knacken? Nee, die nicht. Und hier war ich ja schon mal drinnen, offensichtlich. Das einzige Zimmer mit dem Telefon bisher. Und hier ist auch jemand zu Tode gekommen. Okay. Schmierige Seife und tralala. Okay. Das war's. Weiter kann ich hier nichts machen. Ich muss noch rausfinden, wo der Drucker ist. Ist der Drucker vielleicht hier? Einen Drucker gesendet? Wo ist denn der verdammte Drucker? Vielleicht ist der Drucker ja auch... Ach, warte mal. War das nicht irgendwie so, dass man, wenn man hier rauskam, im automatischen Maskeradenbonus verlor, weil man irgendwie nicht hier... Weil sofort irgendwelche Menschen davor waren? Vielleicht habe ich auch die Rechnung an den Drucker geschickt bei mir zu Hause. Das hätte ich auch nicht schlecht. Das kann nämlich auch sein. Ja. Maskeradenbruch, tut mir leid. Ich kann's... Man kann's nicht verhindern. Es ist immer so. Wie viel habe ich mittlerweile? Ich hab... Ich bin hier offen. Das ist okay. Ja. Haut ruhig ab. Brauche ich mir auch nicht tarnen. Hm. Hier ist Lucky Star. Ja, da waren wir ja gerade drinnen. Genau. Was ist das hier? Etwas, wo ich nicht reinkomme. Okay. Muss ich alles auch noch mal machen? Was los ist? Ja, ich meine, gut. Muss ich noch machen? Das ist gut. Ich komme ja nicht rein momentan. Hier ist Ground Zero. Huch ich gleich rein. Ich will kurz mal vorher gucken, ob ich hier noch eine Hintertür habe. Auf jeden Fall das. Oh ja, ich habe eine Hintertür. die ich aber nicht benutzen kann. Na gut. Noch einen? Nein. Ach stimmt. Die weiten Hintergassen und Hinterhöfe von Hollywood habe ich ganz vergessen. Na gut. Dann gehen wir kurz ins Ground Zero. Gucken, ob da ein Drucker ist. Äh... F9. Ich habe offensichtlich auch keine Ahnung, von was für Rechnung wir gerade sprechen. Und was das klar mit dem Wehrwolf sollte. Und Wehrwolf und Türen und so weiter und so fort. Gucken wir mal rein. Und das ist ein Text, den ich niemals lesen könnte in der Kürze der Zeit, die ich hier im Ladebildschirm verbringe. Was ist denn gerade für ein Geräusch? Okay, hier ist nichts. Okay, hier ist nichts. Okay, ich höre zwar die Geräusche von tippenden Leuten, aber hier ist niemand. Ich verstehe. Kann das sein, dass hier irgendwie... ...was seltsames vor sich geht. Ist das ein Drucker? Nee, das ist ein Faxgerät. Okay. Ach ja, zuletzt war ich ja... Ja stimmt, hier waren ja einige unschöne Dinge sind ja hier passiert. Kann ich das hier benutzen? Nein, 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 nein. So typisch ein bisschen, dass ich die ganze Zeit irgendwie Geräusche höre von Leuten, die nicht da sind. Aber okay. Ach hier, guck mal. Was spinnen wir denn hier? Paused. Ist irgendein Spiel, was man kennen sollte? Also ich kenn's auf jeden Fall nicht. Kann das sein, dass... Es kann natürlich auch sein, dass das einfach der erste Teil ist. Also äh... Vampire the Masquerade Redemption ist es, glaube ich. Was ist das denn? Gegenstand erhalten. Cyberspace-Leitfaden für Cowboys on Case. Oh, kann ich damit meine Computerfähigkeiten erhöhen? Das wäre ja geil. Hier. Unbekannt. Dieser Gegenstand liegt unterhalb ihrer Fähigkeiten. Sie ziehen keinen Nutzen daraus. Im Spiel des Lebens entsprechen ihre Lesefähigkeiten, den von E.T. im Jahre 2600. Sie brauchen Recherche um mindestens acht, um Gegenstand zu benutzen. Ja, das ist aber egal, weil meine Computerkenntnisse eh schon höher sind. Reanimated Judas House Studios presents from Hack. Und hier ist irgendwas. Franklin F. Harding. Oh, ist hier niemand. Ich guck jetzt kurz mal, ob es mal neue Mails gibt. Das haben wir vor einiger Zeit mal gelesen. Ja, ja, komm. Mach bitte mal. Nein, gibt es nicht. Gut. Den Computer haben wir. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier, E-Mail. Naja. Nix. Also nichts Neues zumindest. Aber ja, das Stadt Neues. Hier ist nichts. Aber hier sind noch zwei Computer. Befürchtet fast diese Hand. Die haben alle nichts Neues. Ah, bis F. Ach ja, guck mal. Hier könnten wir ja über alle möglichen Leute was rausfinden. Captain Bananas. Kommt mir irgendeiner, der sagt, dass dieser Name bekannt vor? Nein. Machen wir mal G bis M. Golden Gary. Golden Gary. Gary. Gary Golden. Golden Gary. War das nicht dieser Schauspieler? Also hier unser Nosferatu-Chef. Der großartige Gary Golden war der Star von Klassiker in der 30er Jahre wie Tepp Hotel. Ja. Und Singing Hollywooders. Später wurde er ein, äh, was Charakterdarsteller in dramatischen Filmen wie Skies of Nevada. Kurz nach seinem letzten Film im Jahr 1960 verschwand Golden und wurden 1965 offiziell für tot erklärt. Aber, was nützt mir das denn bitte? Ähm. Z. Lungfisch. Nein. Ähm. Denn, ich will eher wissen wo das Bann sein könnte oder wo. Ein Hinweis darauf. Nifbett. Was eigentlich Nifbett, weil es nur einen Namen hat. Jass Oppenheimer. Jim Revolte. Ash Rivers. Ich will aber gar Nifbett sehen. Nifbett. Diesen Künstler finden Sie am besten in West Hollywood. Doch nähern Sie sich mit Vorsicht. Er wird schnell gefährlich heiß. Okay. Äh. Äh. Ne. Versteh ich nicht. Gut. S bis Z. Ähm. Frankie Sammy. Tawny Sessions. Ginger Swann. Die hatten wir schon mal nachgeguckt. Und Margaret Tang. Okay. Ups. Das war zu weit. Gucken wir uns noch einen Bildschirm an. Da passiert das einen, einen PC... Dingens. Hallo? Nein. E-Mail. E-Mail. Ja. Nix Neues. Einmal raus. Und nochmal Anwendungen. Anwendungen. Ja. Die. Zuge verweigert. Kontestein. 56 Cent. Um ihr Konto neu aufzuladen. Sprechen Sie mit einem Mitarbeiter von Ground Zero. Klappt leider nicht. Schade. Schade. Gut. Hier finde ich offenbar auch nichts. Loop Camper. Ja. Äh. Hier finde ich offenbar auch nichts Neues. Schade. Ich speichere nochmal bevor ich rausgehe. Ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich schon ganz schon lange die Folge aufnehme. Deswegen muss ich kurz mal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Musik